So ihr Lieben, heute ist der 27. Jänner. Wir schauen uns an, was es gibt im Engelstarot von Doreen Virtue für unser Liebeskollektiv. Was gibt es für den 27. Jänner? Okay, wow, die kommt ja richtig rausgeschossen heute. Wir haben Hüter der Emotion. Diese Situation erfordert emotionale Reife und absolutes Vertrauen. Du bist von Personen umgeben, die nur die besten Intentionen haben. Daher kannst du auf den Rat vertrauen, den sie dir geben. Herausforderungen und Probleme werden gelöst. Außerdem weist diese Karte auf einen großzügigen, humanitären oder kultivierten Menschen hin, auf den du dich hundertprozentig verlassen kannst. Dies könnte auch ein Hinweis auf diese Eigenschaft in dir selbst sein. Das heißt, du bist vielleicht ein humanitärer, kultivierter und großherziger Mensch. Vielleicht hast du heute die Gelegenheit, anderen zu helfen, anderen etwas zu spenden, anderen deine Zeit oder deine Aufmerksamkeit oder Geld zu geben. Vielleicht ist es aber auch so, dass du diese Hilfe heute benötigst. Dann in diesem Fall werden die richtigen Menschen zur richtigen Zeit da sein und du darfst auch um diese Hilfe bitten und sie werden dir dann auch helfen. Ist eine sehr positive Energie für heute. Kriegen wir einen Buchstaben für heute. Wir haben das G wie Gustav. Okay, also wie auch immer das für dich dann aussieht. Vielleicht ist das eine Person, deren Name mit G anfängt wie Gustav. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag und bis bald. Baba!